Laura Vetter ist eine deutsche Schauspielerin und Influencerin sowie Model- und Podcast-Betreiberin. Von 2019 bis 2020 gehörte sie zur Hauptbesetzung der Reality-Seifenoper Berlin Tag und Nacht. Laura Vetter wurde im Oktober 1996 in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden geboren. Nachdem sie ihr Abitur absolviert hatte, begann sie eine Ausbildung zum Friseurin und Visagistin. Im Anschluss daran reiste sie durch Nord- und Lateinamerika, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Nach ihrer Rückkehr machte sie sich selbstständig und arbeitete in ihrem erlernten Beruf sowie als Tänzerin und Fotomodell. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 I'm going with you Pick up my sword, yeah there's nothing I won't do When you sound the alarm, when the chaos is rising Leading the judge, yeah I'm coming, I'm fighting Swear on the breath that I breathe I'll never retreat, yeah I'll be your army Schweigel kam als Laien-Darsteller zum Fernsehen Seit 2011 ist er in der Reality-Seifenoper Berlin Tag und Nacht zu sehen, in der er die Rolle des Joe Müller spielt An seine Rolle bei Berlin Tag und Nacht kam er über die Serie X-Diaries, bei der er als Joe auftrat Schweigel gehört seit 2011 ohne Unterbrechung zur Hauptbesetzung der Serie Der Boxtrainer Joe, den Schweigel seit der ersten Folge spielt, gilt als einer der beliebtesten Charaktere in der Serie Berlin Tag und Nacht In der Serie wird er als Papa Joe bezeichnet, was den fürsorglichen, väterlichen Charakter der Rolle betont Mit der Rolle des Papa Joe wurde Schweigel allgemein bekannt Schweigel gehört zu den wenigen Stars der Serie, die von Anfang an ohne Unterbrechung in einer Hauptrolle mitwirken Seein' monsters out your window No, you can't sleep, you pretend though You don't have to play the hero Cause I got you like you got me When the earth shakes, when the bombs scream Until I last breath, every heartbeat You know I'll come running You go to war, then I'm going with you Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do When you spell me alarm, when the chaos is rising Leading the charge, yeah, I'm drumming, I'm fighting Swear on the breath that I breathe I'm never a drink, I'll be your army 2019 hat Laik das Projekt Kirmeskopf ins Leben gerufen Die Organisation soll Menschen mit Angststörungen und Depressionen als Anlaufstelle dienen Laik hatte 2014 über eine Million Facebook-Fans Im Mai 2015 erstattete der ehemalige Bundestagsabgeordnete Sebastian Edate Strafanzeige gegen Laik, nachdem dieser ihn auf Facebook im Zuge der Edate-Affäre als perversen Bastard bezeichnet und seiner Hoffnung, Edate möge an jedem Ort auf diesem Planeten bespuckt und mit Steinen beworfen werden, Ausdruck verliehen hatte Laik wurde zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt und nahm das Urteil an 2006 schaffte Gottschalk den Durchbruch im Fernsehen mit der Musik-Clip-Sendungsszene, die später Pub-Star-Piece und von dem Clown Anthony Powell und dessen pantomimischen Slapstick-Einlagen begleitet wurde 2007 moderierte Gottschalk die Anrufsendung Telespiele, die zunächst im bayerischen Fernsehen und dann im ersten gesendet wurde Er führte mit Karolin Reiber durch die deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2001 und 2004 Im April 2008 erreichte die Formation GLS United, bestehend aus Thomas Gottschalk, Frank Laufenberg und Manfred Sechsauer, mit dem Rapsong Rappers Deutsch Platz 78 der deutschen Hitparade Untertitelung des ZDF, 2020 Im Sommer 2012 wurde Neue als Hauptdarsteller für die Verfilmung Summertime Blues des gleichnamigen englischen Jugendromans verpflichtet, die 2010 ins Kino kam Im Herbst 2008 erhielt er zum dritten Mal eine Nominierung für den internationalen Andeen Award, diesmal für seine Leistung in die Schatzinsel 2010 spielte Neue an der Seite von Liv Lisa Fries in dem aufwühlenden Jugenddrama Sie hat es verdient von Autor und Regisseur Thomas Stiller Für seine Darstellung wurde er 2012 mit dem Young & Wild Award als bester Schauspieler ausgezeichnet 2011 übernahm er die Hauptrolle in 3D-Mystery-Thriller-Lost-Place, der 2013 in Deutschland, Österreich und Russland im Kino lief In der Romanverfilmung Besser als Nix ist er ebenfalls als Protagonist zu sehen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020